Hallo Leute, willkommen zum letzten Part. Ich habe vergessen zu sagen, abonnieren und nicht vergessen, chat mit euren Freunden. Jetzt beginnt der dritte Part. Ich habe einen Schwenk-Koll-Koll-Koll-Koll-Koll. Fuck! Fuck! so weiter geht's ich werde diese part beide bearbeiten ja auf jeden fall wenn die bearbeitet die nächste cutscene werden wir gucken die steuerung falls ihr das braucht ich könnte am ende am anfang die spielzimmer gucken die steuerung Untertitelung des ZDF, 2020 Guck dir das an? Gold! Wenn ich sowas in mein Face bekomme, dann sterbe ich aber sofort! Oh nein! Geh zurück in die Vergangenheit! Leute, hier kurze Ansage! Obito, was du gesagt hast, die Toten haben kein Recht über die Zukunft zu reden! Erstens, wer ist hier gestorben? Du am Anfang! Aber die Hokage waren schon früher tot, du auch! Madara war auch schon tot gegen den Kampf von Hashirama! Und du sagst, die Toten haben kein Recht über die Zukunft zu sprechen! Also hast du dich theoretisch selbst gedisst! Weißt, was ich meine? Aha! So! Oh! Ich bin der Grund, als der Grund der Shinobi- Ich bin nicht vergleichbar mit dem, was du erlebt hast. Obito! Ich dachte, dass du dich in der Hokage wollte. Warum hast du so gemacht? Du hast mich versucht, zu erzählen, an dieser Stelle des Spiel. Du hast nicht, dass es ein bisschen zu spät, Sensei? Du bist immer zu spät, wenn es das größte ist. Ich bin glücklich, dass mein Master der Hokage war. Dank an das, ich konnte, auf sich zu werden. Er ist richtig. Wenn ich nur das war, dass das Obito damals war, dann könnte ich ihn behalten. Der Shinobi-Wirld könnte nicht so sein. Du war mein Master, aber du hast sogar nicht gesehen, dass es mir war. Das ist die Wahrheit. In der Endeffektion, der Weg, den du bist, war nichts, sondern eine totalen Verkauf. Du hast nicht sogar einen können. Was gibt dir das Recht, um ein Hokage zu schreien? Und er wurde das Hokage. Du kannst nicht schreien ihn schreien! Es ist alles gut. Ich weiß, was die Wahrheit ist. Mehr als jemand aus der Hidden Leaf. Mehr als jemand in der Welt. Mehr als Obito. Du hast nicht nur ein einziges Fehler gemacht, Vater. Ich weiß das besser als jemand anderes. Also, komm, Komm, komm. Los geht's, Vater. Ja. Los geht's! Machst du sowas im Mantle? Geht's doch klar. Stier! Das ist wirklich irritant. Das ist wirklich irritant. Das war aber spannend. Das ist wirklich irritant. Das ist wirklich irritant. Stay out of the way, Madara. But at this point, there is something I must do. What? I need to take a little more of you. I need to take a little bit of control. Oh mein Gott, ist es so schlafen. Das ist ein Scheiß, nicht? Ja, das ist es nicht mehr. In a dead man, stop trying to interfere with the first jump. Dead man. Sassus. I have impeached you in the very first time now. For a long time. Schussing them. Sissing them. I am the center of the world. In the end of life. Sassus. Sassus. Summit Enlightenment. A-ha. Wie er lost war. Phil. Was? Hasidama, do you know about the Divine Tree? Divine Tree? Long ago, before people even had any concept of chakra, and just kept fighting with each other, over and over. But the Divine Tree never took part in the battles. It was merely worshipped by them as a sacred pillar. One day, the Divine Tree bore a fruit that only appeared once every thousand years. Tradition said that no one was ever supposed to touch it, but a princess decided to eat it in order to achieve victory on the battlefield. Her name was Kaguya Otsutsuki. She became the first person ever to possess chakra. Kaguya gave birth to a child who also possessed chakra in his body. His name was Hagoromo Otsutsuki. He taught people about chakra, and became the founder of Shinobi. He was also known as the Sage of the Six Paths. Do you need me to explain what happened afterwards to the person who took the forbidden fruit, in order to stop the war? Ever since someone reached out their hand to take that fruit, humans have been cursed to hate each other even more than before. Would you not agree that Shinobi are the very symbol of that foolishness? Yes. In which case, would you not also agree that moving into a world that can be remade through Genjutsu is the best plan of action? Is... Is that the dream of the future you've been speaking of? Yes. It's just a little different. What do you mean? I would be a fool to explain it all right here. There is one thing I can say. Obito will not be the one to complete it. I will. Why? Why did you end up like this? My own way of life, no one has any right to order me around. I might as well give it to you straight. That dream time we shared when we could discuss the future together, is over. For now. Let us just enjoy this moment. Yeah. Digga, what was that for a fight? Ich bin jetzt fuhl. Ich bin jetzt fuhl, ich bin jetzt fuhl. Etwas fuhl. Phew. Ah We're going to be the ones who win in the end Burnout You don't hold up You hold up Burnout I'm right here Er ist so schwer! Sehr ruhig! Seine Attacks realitern sind nicht was zu warten, aber ich kann sie nicht mehr aus gateieren. Was? Los geht's. Das ist... Fly away! Warum stimmst du zu resistieren? Es ist nur ein Zeitpunkt, bevor der Influss Super Yomi aktiviert. Der Fakt der Sache ist... Nein, es hat nicht. Tosuke und ich sind noch hier. Tosuke und ich bin. 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 Geh auf meinen Weg, als Obito Uchiha, als Ninja des Hidden Leafs, und mach das was du gemacht hast. Nein. Ich habe Abandone Obito Uchiha. Ich bin... Stopp versuchen, sich zu retten! Du bist du! Stopp rum, komm zu unserer Seite! Was? Was bist du? Warum hast du mich verletzt? Ich hab endlich so weit geschafft! Ich bin nicht weg! Ich bin nicht in der Fall! Stopp versuchen, sich zu retten! Ich bin nicht retten! Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Oh, 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 oh. Vielen Dank. Vielen Dank. Hallo Leute, bin wieder da. Hatte mir kurz einen Snack geholt. Wir beginnen gleich. Okay. Huh. You're just a nobody. You aren't the sage of the Sixcrafts either. You're Obito Uchiha. Don't be afraid. Open your eyes. Look at yourself. Is this really what you wanted to become? Your dream was to become the Hokage, right? Isn't that what your friends wanted too? Do you think your friends wanted you to end up this way? Your friends. Miss. Gotcha. Hey. Listen. Du bist ... Amen. Amen. So, Leute, weiter geht's mit dem Fight. Missed. Wake up already! Gotcha! So, let's go. Jetzt muss ich dich einfach abholen. Obito! Ich denke, dass ich all diese Richtung komme, nur um den Weg zu verändern. Aber ich habe den Weg zu verändern. Ich könnte besser herausfinden, was ich tun kann. Und es tun. Obito, was du machst? Ein Mann, den ich zu nutzen habe, Nagato. Ich habe mich mit diesem... Gido Art von René Rebirth. Wenn du das benutzt hast, dann... Warum hat Nagato mich mit mir verletzt? Ich denke, dass ich jetzt verstehe. Und jetzt... Emotionen Menschen, die zusammengezogen und zusammengezogen sind, können wirklich eine wirkliche Kraft werden. Enough, Chatter. Es ist Zeit, dass unsere Ambition... ...bohren Fruits. ... 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 Immerwein I can fight for real No other body will do It is only a real battle When I can feel my blood boiling And my flesh dancing Madara You were waiting for this the whole So this is sage jutsu chakra Seems easy enough to use Madara What are you after? Hasirama Do you remember When I spoke to you in front of the Uchiha Monument He said The true happiness can be found When two opposing forces are Brought together But I also told you That there was a different way to interpret That That Uchihan sent you Only the one who acquires The power of both clans Will achieve true happiness Do you not think that would make sense too? This is bad This is bad His next target will be Now it is your turn You wild beasts I knew he was going to go after the tail beasts I knew he was going to go after the tail beasts Hurry up and transform into your tail beast state I can't right now I don't have enough of Kurama's chakra I'll just have to keep him busy in this form Until my chakra fills up Wait for an opening And then attack him all at once You're all mine I'll put a collar on each and every one of you I don't think so Uchihan sent you No 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 I don't do What? No No I That's true What? Du hast ihn benutzt Nagata und schützt ihn! Hm? Da! Hoffentlich geht der Fernsehen nicht aus! Der andere Seite in kein Zeitpunkt! Wir haben ihn corneriert! Jetzt schützt ihn! Hm. Jetzt! Ich schützt ihn! Deine Teile! Wow! Ja! Das sollte es tun. Entschuldigung, dass ich leid bin, Lord Madara. Hast du es? Natürlich! Jetzt werden Dinge wirklich Spaß gemacht. Summoning Jutsu! Das ist... Das Korps des Tentails! Was für das Leichter? Es sieht aus, dass es noch ein paar Jahre dauert. Obwohl, das gleiche geht für das. Was ist das? Nicht vergleichen mich mit einem Brat, der Jahre dauert, um seine Kinder zurückzunehmen. Das dauert Sekunden. Schau! Limbo Bordertail! Du kannst etwas probieren. Schau! Komm! Was hat er gemacht? Jetzt dann. Du kannst es in deinen Bordern. In dein Bordern. In dein Bordern. Was hat es? Ich kann nicht weitergehen. Du kannst hier auf den Bordern. Du kannst hier. Das ist ein Fakt. Ich bin ein Fakt. NURUTO! Jetzt alle Taillede Beasts sind zusammen. Der nächste kommt. Hm? NARUTO! Diese Pitterpatters... Er hat seine Taillung geblieben. Was? Naruto ist jetzt auf der Brink des Todes. Wir können ihn noch immer wiederholen. Gehen zu der Verte an einmal. Ein Teil der Neue ist auch im Hintergrund. Aber was ist mit dir? Ich werde ihn beschäftigen. Gehen! Es gibt gar nicht mehr Zeit. Bitte warte mir. Was willst du mit diesem Kind machen? Jetzt, dass er seine Taillung geblieben hat, er hat es geschafft. Aber wir müssen ihn noch immer wiederholen. Naruto ist die Hoffnung von allen Shinobis. Ich fühle mich gleich. Du hast verändert. Du warst immer noch ein schweres Herz. Es war alles für die Stadt. Ich habe einfach schweres Herz für die Stadt geholfen. Ich habe die Stadt geholfen. Ich habe die Stadt geholfen. Die Stadt geholfen wird. Wie ein ganzes отвечantes hat. Warte! Das ist was du weggetast, als du sterben! Sssssssssssssssst. Damit es fair ist, dann ist es erstmal ganz schnell fertig. Und wiederhole den Kampf. Und wiederhole den Kampf. Und wiederhole den Kampf. Hast du recht, Sasuke? Hachirama. Und wiederhole den Kampf. 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 Und wiederhole den Kampf.